Hey und Willkommen zu der neuen Runde Smile. Mein Name ist Flatox und heute spielen wir Autotox Game Jungle. Ich wurde gerade von dem Sobek abgelehnt. Der hat mich voller Top brauchen. Und ja, endlich wieder mit Runde Smile. Ich hatte das Spiel viel zu wenig. Also ich habe die letzte Mal da nicht gespielt, weil ich irgendwie nur in Arken bin. Ich spiele zu viel Arken in letzter Zeit. Nun müssen wir mich mit. Ich habe ja meinen Cleave als Grotte-Angriff, dass ich in AOE-Dings mache. Deshalb, ich weiß nicht. Da habe ich nicht mehr Schaden, damit habe ich mehr Sustain. Aber Rottoschke könnte es sogar auch hinhauen. Ich nehme mal, glaube ich, das mit. Ja. Weil diesen Schaden, den könnte ich, glaube ich, gebrauchen. Die haben nicht so viel CC außer Ihnen. Obwohl es eben das Schwein. Hm. Ich könnte Beats mitnehmen, aber ich könnte gleichzeitig auch mitnehmen. Ich nehme Beats mit. Es ist sicherer wegen dem Atemischwein. Und auch wegen Kosenbo, seinem Pull-Schieb-Dingster und seiner Ulti halt. Enemies in letzter Land. Und ich level zuerst meine 3, würde ich sagen. 40 mal 3 oder 25 mal 4. Also macht 40 mal 3 mal Schaden. Hallo. Hallo da. Diaon. Was ist denn, Brot? So. Dann wird die ausklären. Wieso habe ich diesen Leck gehabt? Hey, Spiel. Hör auf. Nein, ich kämpfe nicht gegen euch. Tschüss. Dein Zukunft sieht lecker aus. Das ist doofe. Wollen die jetzt unsere Camps machen? Dann liege die Mitte. Das ist auch Nora. Die Gegend missen Mitte. Geh weg, Barker. Retriebe, links. Hm. Retriebe, retriebe! Das ist nichts. Wir haben uns in der Zeit gebeten. Töte sie. Töte! 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 Ich bin auf. Bitte! Ich hatte halt nicht bereit. Tut mir leid. Ach, was? Ich glaube, ich hätte nicht einen Dash nehmen sollen. Einen Dash kann ich gleich hingehen. Und wenn sie das rauskommen. Die Kröhe sind viel wiser als die Mordstern. Und sogar wiser als viele Gäste. Okay, das war knapp. Ich habe fast zu früh gedasht. Ich habe vergessen, dass das QuickCast ist bei mir. Das kommt davon, wenn man die paar Tage Kids fight spielt. Wie kann ein Tor von Hanora ausgepusht werden? Das geht doch gar nicht. Das ist die Möglichkeit. Da ist Bokasora. So, perfekt, dass ich das Mitcamp bekomme. Ja. Ich hätte mal hören, dass ich die Tür kaufe soll. Aha. Nein, ich lasse mich nicht wegexplodieren. Wir werden jetzt nur das rechte Mitcamp bekommen. Oder kann ich das stehlen? Nein, ich habe es nicht bekommen. Ich habe gedacht, meine 3 ist auch auf QuickCast. So ein Mist. So. Die hier auch auf QuickCast. Bitte. So. Jetzt dürft es auch hinhauen. Ich glaube, hätte ich meine... Oh, sehr schön. Das war knapp. Aber es hat alles hingehauen. Sehr schön. Das macht doch den Anfang nicht so schlimm. Gut, der ist auch jetzt nicht so schlimm. Aber halt. Könnt ihr jetzt bitte sterben, Harpchen? Danke. Wenn sie rauskommt. So. Ich gehe zurück. Jetzt muss ich meine Nuss hier kaufen, aber das ist besonders schlimm. Ähm... Ich glaube, ich kann ein Ward holen. Ich kann zwei Wards holen. So. Ja, der Start ist doch besser gelaufen, als ich gedacht habe. Weil das seit ich die letzte Partei nicht gespielt habe. Und wir sollten, ähm... Die Buffs und Dings machen. Ähm... Wo muss ich jetzt hin? Am besten... Die Firecreeps. Die Morriganation macht. Ich leg den Bluff hin. So, okay. Ich sollte mal reden. Kommt der her? Der Blut ist lang. Der Blut ist lang. Der Blut ist lang. Tschüss. Ich wollte nicht die Beats zünden. Sehr schön. Wieso habe ich bei mir gerade die Beats gezogen? Wir sind auf die F-Taste gekommen. Das ist mein Problem. Aber an sich ist ja nicht so schlimm. Dein Geist wird für unsere Wunsch. Attack! Auf meinem Weg! Hä? Hä? Was ist passiert? Was ist gerade passiert mit meiner Ulti? Ich habe doch dorthin geklickt und ich konnte nicht hinfliegen. Was ist das? Ja, Baka, Zuru. Kommt mir. Warte! 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 Ziemlich in Sicherheit war! Ich suche nichts. Ich mach jetzt nicht. Also das ist glücklich, dass Nubia die Ulti hatte. und somit Toph gestorben ist. Alles woraus ist ... Das ist alles zurück. Alles was per artific dagelngestehmdspieler. Ich мог mal dadurch cessÉ. Was ist genau das? Warte! Ich werde auch eins schadenisch! ocide-kunst- hundred rad screens, ểichen, Ja, verdammt. Perfekt. Geh weg, geh weg. Gut. Sehr schön. Ich habe keine Mana. Ich will jetzt nur die XP haben und dann gehe ich wieder. Was ist das Camp hier? Nein, ich kriegste nicht. Kannst du doch mehr Tower Diven, wenn du willst. Verdammt. Okay, das ist unvorteilfähig. Das ist halt ein Baka-Soro, da tut dir aber weh. Nein, nicht Morgan. Okay. Ich gehe zurück. Ich muss zurück, weil... Ohne Mana ist doof. Und jetzt hole ich mir... Was? Ich glaube, Coldone ist praktisch. Coldone penetration. Nein! 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 Ich glaube, Coldone sollte auch keine Kids bekommen. So stark wie der ist. Deine leften Talon ist unter Attacken. Ähm... Hm. Ich glaube, ich sollte mal auf die Solo-Lang gehen. Und vielleicht die Firecruise bekommen. Und... Oregon ist wieder da. Das hier ist weg. Dann muss ich von Wort hin. Einfach nur um zu wissen, wo die sind. Einmaler Buff ist weg. Verdammt. Oh, ich tue. Ich bin da hinten worden. Ich hab's versaut. Nein! Ich werde gleich gestunt, aber ich könnte noch mal die Glocken. Deine Zukunft sieht gut aus. Gib mir oder ich. Hm. Schade. Unvorteilhaft. Sind da ein Buffs da? Nein. Und... Nein. Ja, okay. Dann geh ich halt wieder. Ich wollte nur das Camps klauen. Verdammt. Ich weiß, das hat meine Ulti gekostet, aber... Okay. So. Ich hab ihre Ulti raus. Das ist... Das ist... Es ist doch akzeptabel. Also hat sie jetzt... Weniger Leben ist nur so tough. Das bedeutet, dass... Damit das jetzt einfacher hat. Die sollen jetzt gar nicht so schnell... Nicht so einfach. Nein. Festgegangen. So. 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 Ich wollte nur bisschen pushen, damit jemand da ist. Ist hier im Camp? auch ja okay so raten es gelassen da stirbst gerade ich verwirte es ist du nicht weg stirbt man hat da viel leben ich komme das ist sehr schön die alte war gerade perfekt genau richtig gut mitgekommen Oh, wie sollt ihr so wenig Schaden gemacht? Okay, seine Ulti ist da. Selber schon, Barker. Wo ist er hin? Na gut, machen wir das Camp hier. Ein Feind hat geblieben. Sehr schön, cool. Also, es läuft wieder. Halbwegs. Obwohl ich weg ist. Deine righte Tower ist unter Attacken. Ich würde echt gerne was machen, aber ich kann nichts machen. Jawohl. Hey, wieder weg. Geht weg, geh nur. Geht weg, geh nur. Geh mal. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg duck. Geh weg. Geh weg. Geht weg. Geht weg. Geh weg. Check dig. Geh weg. Ich gehe jetzt mal auf die rechte Lane. Dein Schildkröte ist unter attackiert. Dein rechte Tower ist unter attackiert. Gut, dich essen. Der Bratatowska isst die nicht. Der verbuddelt die. Und vergisst es. So, wo ist Cousin? Wohin? Dein rechte Tower ist unter attackiert. Dein rechte Tower ist unter attackiert. Mach ich mal lieber die Golf-Jürgen-Harpies. Ah, wieso sag ich uns da so weg weg? Mann. Okay. Ich muss auf die Solle lenken. Willst du einen Meteor sehen? Nichts, dass ich nicht auf die Solle lenke. So. Hallo. Du hast mich nicht flett. Okay. Ich glaube hier hinten. Um zu sehen, ob die da sind. Ich frage mich, ob Rata-Taske... Ich wollte an dir vorbeischarten ich wollte weg wenn es sein muss also lass mich das kann kein schaden machen es gibt es nicht ich habe ihn verfehlt heute ist laut sie sollten wir aufgeben hat sie bekommt gut aber jetzt ist sie wahrscheinlich tot ich komme auch noch ein bisschen und ich hab ganz ein sekund cool auf meine ulti verdammt hallo hallo kusbo geh weg bitte ich ulti zur not um dich zu töten so atem sollte es noch da und perfekt ist nur mein camp bekommen bevor sie herkommt es sind sich doch wenn es wirklich unsere so weg weg ist das heißt wir haben keinen tank mehr so ok ok camp ich kann sie nicht aufheben das ist gut ich kann sie nicht aufheben das ist gut moment ich habe gar keine ulti geh weg ich könnte ja wieder reingehen aber das würde das war zu riskant ich könnte ich könnte ich könnte aua auf soviel zu machen die sie jetzt wird es komisch es wird wirklich komisch die wälder kappe so du bist hier mit ihr schon mit draußen Was? 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 Wollt ihr einen Tower haben? Ich kann ihn euch anbieten. Heute ein Sonnenangebot für... Okay, ihr nehmt ihn euch. Nein, eben nicht. Tschüss. Komm her. Können wir kussen wo? Eis gegen Eis, komm. Geht weg. Ja. Einen hab ich. Ich bin geslaut. Was hat mich so sehr geslaut? Hat der einen Slowhammer dabei? Ja, hat er. Ach man, nur wegen dem da. Könnten sie schon beenden? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber... Naja. Ich hatte auch noch die Hoffnung, dass wir gewinnen. Ich hatte auch noch die Hoffnung, dass wir gewinnen. Hm. Ich hab ehrlich gesagt wirklich noch die Hoffnung, weil die Engenien... Die haben es jetzt ja auch nicht so ganz. Das Einzige ist halt Osiris. Ihr Titan, Zander, Zander! Er hat ziemlich viel Farm hat. Gut, nur war auch. Oh Gott, ich brauche einen Cooldown. Einfach nur, dass ich halt... öfter ulten kann. Sehr schön. Er ist tot. Ich bin der schlimmste Flasche. Ich bin der schlimmste Flasche. Achso. Ich find's so cool. Das ist einfach das Wolfsburg übernimmt. Ich hab gedacht, wieso? Wir hatten auch gar keinen Bakasura. Ich dachte schon, oh, Bakasura, Bakasura. Weil jetzt steht ja immer der Name des Gottes und so weiter. Ich brauch die Last Sits. Ähm... Aua. Dafür hab ich keine Angst. So. Aber ich muss hier verteidigen. Dumme Winions. Ich wollte schon Winions sagen. Weil... So wie die Ding, die verteilen Schaden gemacht haben. Verdammt. Nein, Morrigan, hau ab. Ist der Morrigan? Nein, das war... zu ADC. Verdammt. Okay. Was blöd ist? Bei... allen aus und mir ist das... läuft das Match nicht so gut. Hehehe. Leider läuft das bei uns in den Gegenden. Ich hab gehofft, dass der Tower vielleicht noch ein bisschen länger steht. Aber der ist ja genau dann kaputt gegangen. Ne, der ist ja noch da. Aber ich mein... Sie ist ja abgehauen. Oh Gott! Amma braucht den Schaden. Also, ich hätte jetzt die dumme Idee. Wir gehen und machen den Feier-Junt. Die Optimität ist bereit. Schau! 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 Na, wie geht's dir? Schau! Ja! Schau! 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 Wir müssen sicher, dass das Radar funktioniert! sobald das partei weg ist so der ist tot das dumme ist halt weil wir so wenige sind also einer weniger ich will der fahrt ich sollte mir das auch für die gegner halt fehler machen wieso wir könnten es schaffen die haben kein portal mehr ob die leute ich wollte zünder das ist das ende wir sehen uns gleich die haben verloren schade nur wegen dem der böse so er wird noch besser die mitte verteidigen müssen schade schade wir hätten es theoretisch jetzt noch hören können na gut der ist jetzt wieder da aber ich meine wenn wir jetzt nicht alle getötet werden worden wären hätten wir es vielleicht also die mitte verteidigen können und wir hätten es vielleicht so geschaffen feierter zu bekommen dass wir sobald war es der plan naja schade trotzdem vielen dank fürs zusehen was euch gefallen hat ist doch ein abo da oder eine bewertung bewertung oder ein abo da so sagen wir sehen uns beim nächsten mal wir sehen uns beim nächsten mal wir sehen uns beim nächsten mal wir sehen uns beim nächsten mal